So, noch schnell die Hausarbeit einreichen und dann kann ich endlich entspannen. Dafür brauche ich aber WLAN. Mal schauen, ob es hier ein öffentliches Netzwerk gibt. Oh cool, es gibt hier sogar zwei Netzwerke. Aber mit welchem soll ich mich jetzt verbinden? Hi Anna! Was die beiden öffentlichen Netzwerke NetConnect und Hotspot.Köln sind, was sie voneinander unterscheidet und welches für dich das richtige Netzwerk ist, das erkläre ich dir jetzt. NetConnect und Hotspot.Köln, was ist das eigentlich? Fangen wir mal mit NetConnect an. Das ist unser öffentliches Netzwerk für unsere Kunden. Bei NetConnect kannst du dich zunächst als NetCologne-Kunde in der Meine Kundenwelt anmelden. Meine Kundenwelt findest du auf netcolon.de oben rechts unter Login. In dem Pop-up-Fenster klickst du nun auf Meine Kundenwelt Login. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster, wo du deine Login-Daten eingibst. In der Regel ist das deine Kundennummer und ein von dir definiertes Kundenkennwort. Wenn du dich angemeldet hast, findest du unter Meine Daten die Kachel NetConnect. Wähle den Button Jetzt einrichten aus. Nachdem du auf den Button geklickt hast, wirst du in einem Pop-up-Fenster über die Vorteile von NetConnect informiert und nochmal gebeten, auf den Button Jetzt einrichten zu klicken. Wenn du noch mehr zu NetConnect erfahren möchtest, kannst du dies über den Button Mehr zu NetConnect tun. Jetzt musst du Login-Daten, also einen Benutzernamen und ein Passwort für deinen NetConnect-Zugang festlegen. Mit diesen wirst du dich später an deinem Endgerät in das NetConnect-Netzwerk einloggen können. Hast du dies getan und hast du auch die Checkbox zu den AGBs angeklickt, klickst du auf den Button Jetzt einrichten. Nach dem erstmaligen Festlegen der Anmeldedaten wird dir eine Bestätigung angezeigt, dass deine Anmeldung abgeschlossen ist. Jetzt musst du dich nur noch das nächste Mal einmalig in das NetConnect-Netz einwählen, wenn du in der Nähe eines Hotspots bist. Danach nie wieder. Deine Daten sind dann wie bei deinem WLAN-Netz zu Hause in deinem Endgerät hinterlegt. Mega, oder? Jetzt zeige ich dir noch, wie du dich an deinem Endgerät das erste Mal einloggst. Nachdem du deine Anmeldedaten festgelegt hast, kannst du dich mit diesen jetzt in NetConnect anmelden. Dazu suchst du in deinem Endgerät nach verfügbaren Netzwerken und wählst dann NetConnect aus, wenn es verfügbar ist. Nun gibst du deine von dir festgelegten Anmeldedaten und dein Passwort ein. Wichtig! Dein Benutzername ist eine Kombination aus deinem von dir selbst festgelegten Anmeldenamen und der Endung at NetConnect. Sollte dir dein Endgerät einen Zertifikatshinweis anzeigen, musst du diesem vertrauen. Falls doch etwas nicht klappen sollte, habe ich dir in der Infobox einen Link zu einer PDF mit einer sehr detaillierten Kurzanleitung eingefügt. Bist du mit deinem Endgerät einmal eingeloggt, verbindet sich das Gerät nun immer automatisch mit dem NetConnect-Netzwerk und das an über 650 Standorten in Köln. Deine Anmeldedaten für NetConnect kannst du jederzeit in der Meine Kundenwelt ändern oder löschen. Jetzt weißt du, was NetConnect ist und wer es nutzen kann. Ich verrate dir aber noch, was Hotspot.Köln ist und wer das nutzen kann. Hotspot.Köln ist das frei zugängliche, öffentliche Netzwerk der Stadt Köln, welches von uns betrieben wird. Im Gegensatz zu NetConnect musst du kein NetCologne-Kunde sein, um es zu verwenden. Wie du dich dort einloggst, das zeige ich dir jetzt. Für die Anmeldung im Hotspot.Köln-Netzwerk brauchst du keine Anmeldedaten. Wähle einfach Hotspot.Köln aus der Liste der verfügbaren Netzwerke auf deinem Endgerät aus. Jetzt öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du die AGBs akzeptieren musst und dich durch das Klicken des Weiter-Buttons anmelden kannst. Jetzt kannst du das Netzwerk für vier Stunden nutzen und dich nach Ablauf der Zeit erneut einwählen. Jetzt weißt du, was der Unterschied zwischen NetConnect und Hotspot.Köln ist und welches Netzwerk für dich das richtige ist. Also, viel Spaß beim Surfen in Köln! Danke dir! Wenn du wissen willst, wo die Hotspots in Köln sind, dann schau mal in die Infobox rein. Dort habe ich dir die Links zur Hotspot-Karte und zur Übersichtsseite von NetConnect und hotspot.Köln eingefügt. Da siehst du, dass du fast überall in Köln WLAN powered by NetCologne zur Verfügung hast. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie auf jeden Fall in die Kommentare. Lass auch gerne einen Daumen nach oben und dein Abo da. Und vergiss nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, dann verpasst du auch nichts. Also, bis bald! Wir sehen uns!